hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge roblox und ja heute springt nix und ja ja falls euch das video gefällt daumen hoch falls es euch nicht gefällt da runter abonnieren damit keine weiteren kunden das mal verpasst und die glocke aktivieren keine ahnung warum aber mit markieren und jetzt hätte ich gesagt was geht's mit dem video jetzt kommt hallo hat mich schon gewundert lasst mich los hallo 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 das hat er davon leute ja was sollen wir hier machen gute frage ich bin mit was wir finden wir die ganze zeit nur die gröschen zahl Okay. Und... Bumm. Oh, 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 oh. Eine vier. Okay. 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 Was würfeln wir? Ah, Würfel kommt zurück. Müsste eine, ähm, wie heißt das? Ja, eine 1 sein. Baking, baking you, so would you love and answer. Oh, oh, chill, 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 chill. Leute, kommt auch zweimal Prison Life und einmal Cat. Also als Video. Okay, nochmal. Und zack. Was würfeln wir? Was würfeln wir? Müssen da ja noch fünf sein. Ja. Bumm. Eine drei. Willkommen wir auch mal eine sechs. Also, will ich niemals haben, aber... Also, wegen Schule her. Mh... Und wir kriegen eine zwei. Das ist jetzt auch nicht gerade so gut. Und so. Eine drei. Oh, mein Schädel pumpt. Ja, du mal diesen Dude da umarmen. Er braucht einen besten... Neuen besten Freund. Schö. 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 Ja, du leid. Wee. Hey, hey. So, weiter gehts nicht, kann ich auch beweisen. Na ja, wir wollen die 7. Rot. Dann gibt es noch einen Plankmaker. Ach ey, warte, was? Warum sind da denn tausende Plankmaker? Ach du Scheiße. Kann ja nur chaotisch werden. Was machen wir? Was machen wir jetzt? Wir gehen... Wir gehen mal hier rein. Hallo, finden wir auch einen Ausweg? Ah, 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 ah. Mir gehts nur gut, ich knister nur ein bisschen. Ich hoffe, ich werde keinen Poppa. Wo ist denn hier in der Mitte? Ah, hier. Ja, hör auf, du knistern. Danke. Uh, ne Höhle. Kann ich doch gerne machen? Lass mir da jetzt nix dummes passieren. Mr. Dark, sind sie hier? Nö, Mr. Like, likes ist hier. Also ich weiß nicht, wie man Lichter auf Englisch deutlich ausdrückt, aber ich weiß das Wort. Hallo? So, jetzt kommt wieder Dark und jetzt kommt wieder Live. Bro, what is? Egal, kennt ihr diesen Meme? Bro, what is this? Kann das sein? Lol, kann das sein, dass es diese... Ne, diese Dinge aus Minecraft sind. Die so abhängen. Die haben wir ja mal in einem Video platziert. Da war das neue Thema von Minecraft. Das ist Weihnachten. Wie... Wie ihr ja wisst, gibt's ein... Ach, ich... Die Pfeffer wird. Ja, hier will ich unbedingt nicht hin. Und... Ja. Es ist schön hier. Okay, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, liken. Falls es euch nicht gefallen hat, Daumen runter. Abonnieren, damit ihr keine weiteren Kunden verpasst. Und die Glocke aktivieren. Keine Ahnung, warum. Aber bitte mal aktivieren. Und ja, jetzt hätte ich gesagt. Noch einen traumhaften Tag. Und... Jemand bin ich raus. Ciao, ciao!